Willkommen zurück bei Unforgiven und wir wollen es heute bitte fertig spielen. Okay, wir sind nicht alleine. Diese Art Rätsel geht jetzt weiter. Na, der Riss ist groß, aber auch der. Geh mal da hoch. Da ist ja schon mal was. Na, also. Oh, oh. Glütige Engel. Hm. Das da gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was demnächst kommt. Da kamen wir von hier, ne? Doch. Oder? Ähm, Moment. Ist das jetzt richtig? Was war denn das für ein Spiel? Ah ja, klar. Ich weiß es wieder. Ähm. Ich hab mal... Na, wie heißt das Ding? Dieses wunderschöne Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Süchter. Was ist denn jetzt? Warum? Warum machst du das? Aha. Ja, ist ja gut. Da gab's so eine Szene auch. Lass mich raten, wir sind im Kreis gelaufen. Das ist gut. Ich will so eine Tasse haben. Die Wolken aus Rasierklingen, deren Natram ist eine Kreatur mit scharfen Klauen und einem äußerst gefährlichen Schnabel. Sie können sehr gefährlich sein, insbesondere in großer Zahl. Poliens Wissen ist immer wichtig. Ja, können wir das dann bitte haben? Gut. Ah, super. Müssen wir jetzt... ...den... ...ganzen Weg... Aha. ...dass war jetzt echt eklig. ...dass war jetzt echt eklig. ...dass war jetzt echt eklig. Ja? 's nicht vom Dorf Kamen, oder? Ah. ...dass war jetzt. ...dass war jetzt100. ...dass war jetzt wirklich alles. Das sieht gut aus. Bobby durfte mitkommen. Ja, Taten und Rundschaften und Krimier. Da wissen wir schon die Übersicht der Geschichte Krimiers und den großen Rundschaften. Sonst nichts. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ganzes. Ganzes. Okay. Sie hausen sie verlassen in den Tiefen am dunkelsten und versteckten Orten. Ich kann nicht schlafen. Sie beobachten alles. Beipflanzen. Geht nicht. Machen wir alles. Ja, ich finde das Spiel auch sehr sehr gut und ich weiß auch warum du es magst. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich hätte gedacht. Geht nicht. Oh oh. Nicht gut. Da kommt es wieder, oder? Ja. 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 Ne. Ja. 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 Und dann müssen wir da nichts. da ist wieder das wasser da wollen wir durch hier haben wir glaube ich alles erledigt jetzt auch diese monster nicht okay 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 wir haben etwas gespeichert das ist auch gut aber hier irgendwas zu finden was bitte war das für ein geräusch wo gehst du bitte weg wir können da überall rauskommen da oben ist doch was ja toll haben wir das da schon die heilung sie verliebte sich bedingungslos in den falschen gott und das gift seiner verderbnis durchströmte sie ihre kräfte und sie konnte letztendlich nach eigenem willen beeinflussen das ist doch nicht die heilung so wir müssen da hoch ich weiß wo wir lang müssen ja verirr dich nicht verirr dich nicht verirr dich nicht haben wir schon gemacht ist okay was bitte ist das denn wir müssen weiter in die minute ziehen sei vorsichtig aber um hier rein zu kommen musste ich dieses ding umlegen gut ich habe nicht spoiler tatsächlich ich habe nämlich nichts ordentliches gefunden wo man nicht ganze videos durchgucken musste der fall des falschen gottes der falsche gott sah wie die wie schön freier war und verfiel ihrer schönheit er machte pläne seine geige für sie zu spielen und sie mit seiner magie zu bezaubern und früher sei doch sah jedoch erkannte seine list oder uns wissen natürlich ist immer oder uns wissen abenteuer des bergkönigs oder bergkönig er ist in denen nehmen wir gerne her ich kann die alle sammeln und dann eine quatsch habe ich jetzt eine oder nicht ich möchte nach draußen gehen da oben ja okay kein schöner weg ich glaube ich habe es auch sie wird uns hier nicht kriegen sie kann es hier nicht kriegen okay ich habe die böse befürchtung dass das nicht stimmt schlaf mein kleiner freund schlaf jetzt ein ich möchte nicht ich möchte nicht wow ist das hoch alles wieder gut du wirst in ordnung sein naja mhm was machen wir denn hier wo ist denn jetzt merkt merkt euch alle ersatzteile finden sich im lager auch kommen echt jetzt wir haben papa gefunden ich durfte nicht hinschauen mhm auch fein kann nicht so weiter leben ja okay so ich muss das ganz kurz mal machen damit ich es wirklich erkennen kann so da muss etwas hin haben wir etwas nein aber wo war denn das können wir nicht machen gut das gute ist wir können nicht fallen recht ist wir müssen wieder runter wo ist denn der rote kennel der rote hat man noch von irgendwo gesehen hat man noch von irgendwo gesehen ah lager und wieder wo bitte ist hier ein lager ja 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 ich muss da nicht rein da ja 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 aber ja 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 ich Sticker Vielleicht. Ah. Ist es das, ja? Ja, da ist es und wir müssen es... Okay, ich verstehe. So, dann denke ich mal, müssen wir... Oh, das da ist ja schon fertig. Das dürfte auch das letzte Rätsel sein. Nimm mir doch bitte mit. Achso. Nur einer davon ist voll, das ist es. Das ist es. Okay. I know what to do. Das ist widerlich. Was? Nein, das war falsch. Das war falsch. Oh mein Gott. Ich will das überhaupt nicht, was ich jetzt machen muss. Ah, nee, das war falsch. Wo ist das Lager? Hier. Ich muss. Es geht nicht anders. Oh man, es ist doch nur eine Statue, oder? Oh, fuck. Ich muss. Ich muss. Ja, ich muss. Oh, fuck! Und immer noch steht Zyklonias Beitrag dort. Das Spiel mag ich. Es ist grausam und wir werden dafür bezahlen. Ich denke mal, wir haben damit das böse Ende besiegelt. Wollen wir jetzt zurückkommen? Ich glaube nicht. Oh ne. Weil wir den einfachen Weg grundsätzlich nie gehen dürfen. In so einem Spiel möchte ich nicht durch Wasser laufen. Versteht mich da nicht falsch. Das ist gut. Wir hatten Hunger. Ich vermisse Bobby. Auch nicht. Aha. Monsterchen. Es gibt Theorien, dass unter den Welten von Nikdrasil eine Unterwelt existiert. Ein Fehlgefallen. Aber dann den Menschen über frühere Entscheidungen nachdenken und ihre Sünden büßen müssen. Also einerseits ist es ja doof. Na komm, wir haben ja genug. Wo ist er jetzt? Wo? So, gehen wir nochmal zurück. Sollte tatsächlich das Teil sein. Vielleicht fehlt ja noch was. Komm, da kommt doch jetzt die Hand. Da kommt doch jetzt die Hand. Ne, sie kommt nicht. Ich hätte mir ne Hand gewünscht. Also nicht wirklich, aber... Einfach nur mal um zu schauen. Und nicht, dass wir nochmal hierher rennen müssen. Achso, das ist schon der Ausweg. Nein, dann ist es egal. Gut. Dann habe ich durch Zufall das Richtige gefunden. Aha. Das ist nur die Frage. Okay, das ist es nicht gewesen. Okay. Das ist es nicht gewesen. Wo bist du denn hingefallen? Wo bist du hingefallen? Da unten rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Wir brauchen nochmal... Da. Okay. Okay. Aha. Oh, oh. Das ist gut, weil... Irgendwas hat ja da auch böse... Gesheppert. Da geht es noch weiter runter. Wie soll ich da hinkommen? Da komme ich nicht durch. Ich werde mit Sicherheit... nicht... darauf verzichten. Ja gut, das war es dann. Keine Chance. Tod. 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 Sofort tot. Hm. Achso, nee. Musste so kommen. Gut. Ja. Das da bin ich noch nicht. Das da geht weiter. Ja. Dachte es wäre echt der Schluss. Aber... Aber... w mint. Zieh es bingend. Also, wenn sich eine relação... Befeuven. Dann. Wie.